Wir freuen uns jetzt auch über ein Musical, der Seppi Schnedel hat ein Musical geschrieben, in dem es auch um die Vorweihnachtszeit geht, um die sogenannte stillste Zeit. Und einen Ausschnitt daraus sehen wir und hören wir jetzt mit dem Chor, Kinderchor in Gröbming. Sepp Schnedel hat es geschrieben und er spielt auch selber. Das Jahr klingt langsam aus in seiner stillsten Zeit. Du ziehst der Lichterl an und sagst, es ist mir kalt. Was ein Wunder auf so einer Böbe, bevor das Lichtlbrenner kommt und bloß war es auch schon wieder raus. Weißt du, was mir letztes Jahr gesagt hat? Wir lernen, du nix draus. Die schöne Weihnachtsgeschicht verliert sich irgendwo nur mehr. Wer denkt da noch dran, wenn da die Nachtsjur ein Lied? Da bei mir sind's ganz anders sein und mein Weihnachtkind. Mein liebes Jesu Kind ist längst schon munter war. So hat keiner gemerkt, jetzt haben wir wirklich andere Sorgen. Fürs Geld muss Liebe her. Der Kopf wird jetzt ja mehr, drüber red' du keiner mehr. Und ich stößt in seine Zeit im Jahr. Nur die müssen's halt ganz anders sein und meine Weihnachtkind. Und ich stößt in seine Zeit im Jahr. Und ich stößt in seine Zeit. Und ich stößt in seine Zeit. Und ich stößt in seine Zeit. So ist man alle Zeit noch wahr. Nur dann wird Weihnachten zur Stößt in seine Zeit im Jahr. Das Lichtl brennt mal, pass auf, mach nicht so ein Bild Wenn's Jesu Kind nicht schlafen kann, verlässt uns g'schwind Und dann ist's spät, weil unsere Kinder werden Das Lichtl nirg'ma sehen, fragen, was ist Weihnacht? Ich würd' das gern verstehen, wenn die stille Nacht erklärt Ja, es wird's ein viel anderes Zeit und Weihnachten Befehl Träub des Lichtl des Heils vollem Sand Beides Wunder vom Wettel ist für uns schön Träub des Lichtl des Heils vollem Sand Sing da dir das Herz, du bist vor der Nacht, deinem Mann. Nur wann wird Weihnachten zur stößten Zeit im Jahr. Doch das wird von dir als deinem Zeit. Weil es wunderbar mit dem ist mehr als Schell. Doch das wird von dir als deinem Zeit. Sing da dir das Herz, du bist vor der Nacht, deinem Mann. Nur wann wird Weihnachten zur stößten Zeit im Jahr. Und wir, 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 wir zu stößen Zeit im Jahr. Wir zu stößend Zeit im Jahr.